ja liebe leute lange habe ich mich dagegen gesträubt und damit geht's los mit dem neuen projekt auf meinem kanal und herzlich willkommen zu fifa 21 mit einem kleinen was wäre wenn ihr kennt wahrscheinlich die situation momentan wie es in der bundesliga aussieht mein herzensverein der ist ziemlich am ende und ich denke natürlich auch in dicken schulden und ja und ich bin ein kleines was wäre wenn was würde passieren wenn der abstieg wirklich kommen würde so eigentlich würde es dann in zweite liga gehen aber ich denke mal durch die ganzen schulden und alles drum dran könnte es mit der lizenz ein bisschen schwierig werden deswegen bin ich noch mal eine etage tiefer gegangen nämlich in liga drei ich werde mit dem fc schalke anfangen in liga drei und habe auch die tabelle die liegen angepasst wie der aktuelle stand ist sprich ich habe mir dann den momentan 17 der zweite liga mit st pauli und den tabellen 18 der zweite liga mit den würzburger kicker aus den nächsten die anderen beiden vereine runter geholt sandhausen ist dadurch quasi drin geblieben was ich noch geändert habe ist quasi den moment das würde ich jetzt alles machen kann ich nicht die zweite liga gehen ich hätte jetzt ja noch die zweite liga mir angeguckt naja wieder mal sei aber kann ich das geht gar nicht noch geht nicht mit hohen finale super cup champions league europa league liga drei ne kann ich nicht nachgucken schade ja ich habe mir dann die vereine die momentan oben sind hochgezogen und zwar das sind dann 60 münchen der fc ingolstadt und dynamo dresden sind hochgezogen normalerweise vier vereine hochziehen müssen jetzt ich daran gedacht in dem moment dass ich den viert mal noch hätte hochziehen müssen weil wir ja abgestiegen sind und dann habe ich auch die liga 2 angepasst habe damit meins in bielefeld noch die anderen beiden vertreter runtergezogen und aktuell den hsv kiel und kreuter führt in die erste liga gepackt und ich befürchtere ich den fc schalke dass ich dann für einen mit hochgenommen hat der da nicht hingeht aber ist jetzt auch egal ja das wäre ein wahres wäre wenn ich habe die transfer soweit angepasst wie sie momentan feststehen dass sprich rabbi matondo ist nach stoke gegangen dann habe ich geweckt rübergezogen und sekular sind halt habe ich mir schon mal rübergezogen auf uns er wird wahrscheinlich auch nur in der dritten liga nicht spielen aber das ist der momentan aktuelle stand so wie wir natürlich ganz einfach machen wir müssen natürlich einen umbruch machen der kader ist für die bundesliga nicht gut genug gewesen die zweite liga muss man überspringen und ich denke mal wegen den finanziellen müssen wir auch gucken dass man komplett keine neuen karte aufbauen ich werde viele junge talente mit einbauen ich werde die vielen älteren spiele verkaufen das mache ich jetzt so nach und nach und dann gucken wir mal wie viel kohle wir am ende haben und dann das ein oder andere talent vielleicht noch holen wollen so fangen wir an auf die trotz feldes erstmal langer setzen redobar würde ich behalten gerne die frage ist ob der bleiben würde ralf hermann würde auf jeden fall gehen ob cipka klar wissen kandidat definitiv hier geben muss haben sie wo und die hier geht jalanul ist übrigens der cousin von hakan jalanul kommt aus der zweiten mannschaft ist mit hochgegangen dass tazic darf den verein verlassen wird den verein verlassen ist dann wo die weiß ich nicht begeht setze ich auf die transferliste kabak steht immer mal wieder im raum auch der wechsel zum als die meiner momentan ist eine abliste von rund 15 bis 20 millionen im blick wird auf jeden fall auf die transferliste gesetzt mascaral serda doch dass du wer wie schöpft ist klar na wie wenn talep auch der soll definitiv den klub verlassen mark und möchte ich gerne behalten da steht auch noch nicht fest ob der gehen soll wird das heißt ich werde auf die transferliste gesetzt ich denke mir wird nicht zu halten sein boazwan und bujolab möchte ich gerne behalten und darum möchte ich den karlabit aufbauen abinarit soll auch immer mal wieder soll gehen auf jeden fall kutucu hat glaube ich meines wissens ein angebot momentan von finna manche ist dann wohl vorlegen allerdings nur eine option deswegen wird der gehen raman soll gehen pazentia skripsky die beiden möchte ich gerne so weit es möglich behalten gerade bei skripsky der ist auch relativ jung mit der 27 ja mal gucken ob es möglich ist denke ich dass es ja auch gehen wird um halt viele spiele noch zur kohle zu machen wir kennen die hat eine kaufpflicht meines wissens bei juve und rudy hoffmann naja damit möchte ich auch nicht einmal den zurück haben das heißt wird ein größtenteils junges talentiertes team das den klar wieder aufstieg definitiv reinbringen soll so rechtsverteidiger becker ich möchte gerne als rechtsverteidiger versuchen ja wird nicht machbar sein john jo kenny ich werde auf jeden fall wahrscheinlich gucken dass ich das eine oder andere talent noch definitiv dazu kriegen kann ja ich muss nur mit dem kader versuchen mal aufbauen aber das muss man mal gucken dass wir das nach und nach jetzt machen momentan ist klar dass der kader so ist wie er ist der kader so ein spieler muss aber auf die c da will ich aber ruhig ab eigentlich haben auf der position der spiel aber auch der defensiv das heißt wo es so angeht auf die 10 gut kann auch der after 6 spiel gucken wir was zu dem ende kommt ja möchte ich gerne speichern so gucken was am ende rauskommt gehen wir mal rein ins büro momentan sind wir bei stärke 80 das ist klar plus minus null ich habe extra keine finanzspritze reingesetzt könnte man ja auch machen die übernahme aber die wurde ja abgelehnt da sich klima sönnies noch gesagt hat ich möchte gerne ein bisschen kohle machen einbringen für neues geld wurde von zwei aufsichtsrat mitgliedern abgelehnt dementsprechend haben wir keine finanzspritze drin transfermarkt okay jugendkammer wird wahrscheinlich eh größten jetzt am jugendakademie spieler gehen finanzieller erfolg folge national abstand des liga und landespokal ja gut das brauchen wir gerade momentan eher nicht wird gucken wir mal was so kommen wird kommen darf so erstmal die trainingssinger die kann man ja lassen es wird viel viel passieren definitiv die frage ist was passiert jetzt so nah und nach so wir haben schon erstmal viele nachrichten neun stück insgesamt raman soll wohl gehen bietet 8 4,8 millionen das ist okay geht's wahrscheinlich zurück in die heimat denn aller leicht möchte ihn haben die spiele mal in champions league also da wird wahrscheinlich nicht wahrbar sein so manchester united möchte den haben sané kann gerne dann gehen ich muss mit dem einen oder anderen jetzt noch sprechen weil da sind einige auf der liste die unzufrieden sind harit so so pass hier noch chipka ich kann hier gerne ich kann hier keine spielzeugquarantie geben wenn der laie hilft ja auf jeden fall mehr so das sind jetzt ein paar leute die wir gucken was wir hier noch haben so ein angebot von sané die frage ist wäre so ein gespräch drin ich versuche es so weit wie möglich irgendwie realistisch zu halten so gucken ich gehe mal auf transfermarkt.de da habe ich meine klare liste da muss ich ja noch in die erste bundesliga gucken was wir so haben könnten so was haben wir denn so schönes gut da sind einige kandidaten da drin die ich jetzt gerade so ein bisschen mal gucke da wäre zum beispiel einer den die man vielleicht verpflichten könnte der so ein gespräch ist so dann gehen wir mal auf transfermarkt.de transfermarkt unseren transfermarkt ja ingame der erste der so ein bisschen gespräche ist es einer aus der schweiz den ich gucken wir mal mal kriegen können ist ein torwart spielt bald dann die united in schottland da gehen wir mal die liste ich gebe die liste erstmal nur ein dass ich dann weiß ungefähr was möglich ist was finanziell möglich ist einer der nächste der im gespräch ist es mitchell weiser ich gehe jetzt nur die tabelle ich sortiere jetzt nicht ob die leute kommen würden sondern einfach erstmal die gespräche ein transfermarkt allerdings verändern dann habe ich hier als nächsten namen chenktose und der wird aber wahrscheinlich nicht kommen der wird definitiv wahrscheinlich nicht in liga 3 gehen aber gucken mal ich gehe einfach nur die namen durch abgänge mal tondo kutucu ist klar der nächste der kommen könnte wäre der uns weiterhelfen würde wäre julian korob ehemaliger gladbacher und hannoveraner ob ich den kriege riecht gar nicht ne ja ist doch zum kotzen die frage ist aber kommen würde wäre nicht drin hast du julian ja so nächster name denn die drinkwater soll wohl im gespräch sein vom fc chelsea wie gesagt schade dass ich den kopf nicht kriegen kann valerie vfc south hampton da ist er rechter außenverteidiger transfermarkt es wird wahrscheinlich je nicht viel passieren ich werde denke ich mal heute grüßende Transfers machen äh kabak kabak haben wir noch irgendwelche transfergerüchte ja so viele abgänge mit dabei mal gucke ich da oh iji der wird wahrscheinlich aber nicht zu uns kommen den namen habe ich nämlich auch schon gelesen fc liverpool ehemaliger wolfsburger auch den habe ich so ein bisschen gelesen aber wahrscheinlich auch keiner für die dritte liga marco richter hat ja schon von augsburg gesagt bekommen du kommst nicht die frage ist ventura von aus brasilien die frage ist ob der kommen würde die frage ist wie heißt der vorname vinitius das ist ein das ist ein verteidiger ja das ist ein linker verteidiger aber momentan nicht ist auch in bremen im angebot äh im gespräch sehe ich gerade 20 jahre alt dann ist es keiner von denen so vinitius ist ein verteidiger vinitius das ist ne dann ist es keiner von denen ok dann gibt es den spieler nicht nicht bei fifa keine ahnung warum ähm und dann nochmal den nächsten kandidaten da costa in frankfurt sehr unglücklich soll wohl auch im gespräch sein costa von eintracht ach casemiro ja ne ist klar 90 millionen marktwert das ist definitiv nicht mal nicht stemmbar der nieder costa hier ist er ich gehe jetzt erstmal die ganzen spieler durch damit ich damit halt irgendwas möglich ist ich meine hier sind 87 seiten gerade das wird bestimmt nicht wachbar sein die alle durch zu gehen widmer ist immer ein bespräch gewesen ja da sind wir bei den ganzen gerüchten die die momentan eher noch nicht wirklich safe sind gut ok dann haben wir zumindest erstmal einige kandidaten gekriegt und dann kann man ja immer noch an die kommentare schreiben wie man so holen könnte wie es auch richtig tatsächlich ist wie es aktuell wäre gucken wir einfach mal was jetzt möglich ist ähm ich gehe mal kurz ein paar tage weiter damit ich ungefähr weiß wie meine finanzen aussehen aber warte mal so team zentrale status ok da sind ja einige leute auf der abschlussliste die ich definitiv abgeben möchte äh transfer transfer zentrale das war das wo ich hin wollte so neuer keeper definitiv soll meine nummer zwei werden in der neuen äh in der neuen äh in der neuen saison das ist mein ziel wir haben ca 23 millionen transferbudget also fast 24 millionen deswegen gucke ich dass ich den mal irgendwie verkauft bekomme 2 millionen vielleicht vielleicht sagt er alles ok oder er gibt mir gleich ein angebot was er für den spieler haben will ok 2 millionen so kauf vorschlagen der spieler ist nicht bereit sich neu zu orientieren das war mir fast klar krieg ich den nicht aha versuche ich mal mit einer vielleicht mit einer leihe leihe und vielleicht eine kaufoption das wäre ja die idee so leihe zum kauf den möchte ich gerne behalten wenn er die möglichkeit hat wenn er einschlägen schlagen sollte die sagen schon mal ist in ordnung so ich leine erstmal für ein ja aus sagt dann erstmal aber kommen würde ok er möchte gerne für ein ja ja gut das muss immer noch dazu passen also ob die spiele wirklich kommen ne der verein ist das momentan mit dem ich grad so ein bisschen verhandle ok so ich mach mal versuch mal 60 40 zu machen dass ich dann das größten dass ich das größtenteils übernehme mal gucken wie es immer weiter geht vor allem bei der dfp pokal und so ich geh mal auf 60 40 bei 44.000 dann hätten wir 26 4 und die würden bei 17 6 sein also ein teil des leverkusen teil übernimmt so die frage ist was möchte er was möchten sie denn haben wir erwarten verweise an der transverse um 7,3 millionen gut ich hatte jetzt irgendwie an 6 millionen gedacht aber ich kann auch sagen 7,3 millionen ist in ordnung dann kann ich mir immer noch rausleihen so und damit ist das ding durch wenn er fest einschlägt dann werde ich ihn behalten so weiß er ist schon mal da so neuer stürmer gut dann spielen wir das gleiche spielchen nochmal auch da wenn wir eine laie erstmal aufbauen natürlich muss erstmal eine laie zum kauf dazu sein der wird wahrscheinlich eine Ecke teurer werden aber der soll natürlich ein Doktorjäger werden für den Fall das sind alles nur Namen die in der in der Gerüchterliste mit drinstehen und Stanktose war glaube ich vor zwei Jahren oder so auch mal so ein bisschen im Gespräch Carlo Ancelotti ist da drin oh Gott der ehemaliger Bayern Trainer okay ne die Frage ist was wollen sie ja bieten oder was wollen sie ja jetzt erstmal auf ein Jahr und wenn die Möglichkeit ist bisschen Kohle zu schäffeln und in die zweite Liga aufzusteigen und ein bisschen zu akklimatisieren das ist natürlich mein Ziel dieses Jahr wieder hochzukommen dass wir zwei Jahre in der Bundesliga wieder spielen das wäre so ein bisschen das Ziel so drei vier Jahre wieder Richtung Champions League mal zu denken aber dazu müssen wir erstmal gucken dass wir dieses Jahr hochkommen jetzt muss aber erstmal der Kader ein bisschen neu aufgebaut werden das ist das mein Ziel und das wäre diese 60-40 was ich gerne mache das nehmen wir mal gerne an so jetzt kommen wir zu seiner künftigen Transfersumme die Frage ist was bietet hier ich denke das wird locker irgendwo über 10 Millionen liegen am Ende ich biete jetzt erstmal diese 10 ominösen 10 die Frage ist ob sie sagen ist in Ordnung ob sie sagen nö ist nicht in Ordnung wie gesagt ich gehe kein Risiko bei ich zahle nur 60% des Gehaltes und momentan habe ich noch keine Transferkosten ja passt momentan warten sie ab Danny Drinkwater wird auch ebenfalls nur eine wird auch diesmal nur wieder eine Leihoption werden das heißt ich hätte momentan eher viel über Leih und Klaue wo ihr Kaufoption geht so gehen wir mal auf grundlegende Option auch da gehe ich immer nur auf ein Jahr und die sagen ist in Ordnung für ein Jahr ja die Frage ist wie habe ich dann wieder diese 60 40 mache momentan zahle ich ja nichts und das sind erstmal alles nur Angebote das ist jetzt nicht unbedingt weil von Chelsea kommst du nicht mal eben runter in den Liga 3 seitdem der ist absolut dahin unglücklich dann kann das passieren dass er sagt das ist auch eine Ahnung und dann ist das erstmal nur der Verein da gehe ich aber wahrscheinlich auf 70 30 das wäre dann 39.000 die wir zahlen werden und der Rest geht auf das Konto vom FC Chelsea 57 verdient da ja und das ist hier Frank Lampartymonster der Trainer vom FC Chelsea momentan also viele spielen natürlich jetzt aus England so nächster Kandidat kriege ich den Kauf vorgeschlagen auch da gibt es über Laie Kaufoptionen naja herrlich ok der geht definitiv nicht gut dann kann ich den von der Liste nehmen hier da kann ich gleich schon verhandeln das Thema ist schon ziemlich durch ich würde ihn als Nummer 2 einbauen aber jetzt muss ich erstmal gucken dass ich da Kosta und Origi so Laie vorschlagen auch da ist das Thema erstmal nicht möglich kriege ich den gekauft? Nein gut dann haben wir das erstmal nur 4 Leute die wir kriegen könnten das ist natürlich jetzt schade eigentlich ich hätte gerne noch ein bisschen behalten äh noch ein bisschen 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 ich hätte gerne noch ein paar Spiele dazu geholt ich hätte gerne noch ein paar Spiele dazu geholt er soll kommen auf jeden Fall es ist mal Rotation natürlich klar aber nicht die neue Nummer 1 sein wird das soll über Renault gehen und er sagt es in Ordnung und er sagt es in Ordnung so wie lange soll sein Vertrag laufen? ich denke so 2 Jahre das wäre zumindest mal möglich ich denke wäre der 1. und 2. Liga passt das ich jetzt immer auf 2 Jahre so so sie sagen es ist okay ähm da möchte ich erstmal die Freigabe-Suppe das wird wahrscheinlich nicht so teuer sein weil da kann ich nämlich um das Gehalt die Gehaltsforderungen äh ja gehen wir mal rein ist okay und damit steht da ziemlich fest der Wechsel von Benjamin Siegris der Schweizer der kommt von Dandy und das ist der erste Neuzugang den wir schon mal unter Dach und Fach bringen und alle anderen müssen wir gucken dass wir die noch verhandelt bekommen vielleicht haben wir ein bisschen Glück und kriegen sie zumindest dann hätten wir zumindest einen guten Kader äh und dann gehen wir mal rein das Trainingssituation geht mir auf den Sack so Siegris kriegt sie 12 das ist okay Barcelona nur in Europa liegt dieses Jahr naja Tosun Jinkwater und Tosun die beiden werden nicht kommen ich habe es fast erwartet ich habe es fast erwartet so erstmal so einige äh die wollen den spieler unbedingt haben für die Champions League das ist ja nie verkauft da sind einige Nachrichten noch reingekommen Sane, Rahman 4,8 Millionen Sane geht für rund 60 Millionen United und Weiser kommt Weiser ist schon mal da So, Nebel Bentaleb zu Anderlecht äh, zu Ersten Villa auch die gehen hoch in die die spielen in der Champions League nächste Saison oder diese Saison So, gucken wir mal was so möglich ist für uns So, Transferangrufe Mascarelle Nottingham Forest, oh So, und ich hab's gerade noch kurz gelesen dass Kutuchu sich nicht heilen konnte Und Dortmund holt sich Almeda Okay Ja, klar tut das weh für die Leute aber Leihangebot für Bujolab Nee, definitiv nicht So, Bam Weg damit Also das möchte ich nicht Das Bittere ist, dass ich natürlich den ein oder anderen nicht kriegen kann Ich würde halt gucken, dass ich den ein oder anderen das ein oder andere Talent jetzt auch versuche zu verpflichten So, jetzt haben wir hier noch so ein bisschen Weiser Ja, Weiser wird auf jeden Fall stammt Rechtsverteidiger So Dann haben wir dann so ein bisschen im Angebot Ich will mir auf jeden Fall noch einen rechten Mittelfeldspieler und einen linken und noch einen Stürmer auf jeden Fall noch verpflichten Ich gucke, ob ich dann in der zweiten Bujolabend ist ja noch das ein oder andere Talent holen kann Den ein oder anderen Spieler holen kann Obwohl, ich warte mal einfach die ganze Info jetzt gerade ab Ich mache jetzt gerade noch nichts Ich warte jetzt eure Kommentare ab Ihr habt ja bestimmt auch so ein bisschen passende Vorschläge Ähm So Mascarell beangstigris möchte ich ihn haben Und bisher soll er bei Fenerbahce ja unterschrieben werden So, ich gebe ihn jetzt ab Auch er wird nicht im Gespräch Auch er wird nicht call gehen Was wird noch so passieren? So Bei den meisten Teilen gebe ich dann auch eine neue Trikotnummer Nummer 5 Nummer 6 So Da ich habe dich gerne eine neue Eine neue Mannschaft aufbauen Da kriegst du die 10 Zumindest erstmal So Dann gucke ich mal wie ich die Wenn so bleibe Noch so bleiben kann So Ich gucke mal gerade Wer noch definitiv den Club Bleiben soll Und wenn du einen schlägst Dann bleibst du auch auf jeden Fall Ich gucke mal gerade Ob ich so das eine oder andere Ne, okay Dann habe ich soweit alles verlängert Gut Dann würde ich sagen Machen wir Feierabend Wir sind jetzt in der nächsten Folge wieder Und dann schauen wir mal Wer so auf unsere Liste noch dazu kommt Die ersten Spiele werden sich wahrscheinlich Noch ein bisschen dauern Ich denke mal nächste Folge Machen wir auch noch ein bisschen Transfere Transfers Und dann, ja Das wird wahrscheinlich die ersten Folgen So ablaufen Naja Schreibt mir die Kommentare Wie man so holen könnte Wer so passend wäre Und Bis dahin Und tschüss Schreibt mir die Kommentare Schreibt mir die Kommentare